Willkommen zurück zur Wartrunde Ich gehe in die Mitte anscheinend Earth mit Chris, Clur und Marvin und einem Random Clur gehst du mit dem Random auf die Lane oder soll ich mit dem Random auf die Lane? Clur Alles klar Clur ist noch nicht mal da Dann gehe ich mit dem Random Ich muss halt Level 2 werden Das ist der einzige Nachteil Weil erst dann kann ich meinen Ey Ach ne ich dachte schon Warte mal die haben den Q genervt bei Rek'Sai ne? Der skaliert nur noch mit 0,8 oder so Nooo Das ist ja komplett scheiße Clur du musst in die Mitte gehen Rasieren Ich muss irgendwie Level 2 werden Nice Gameplay Eve Oh shit, oh shit und tschüss Lol du hast schon jemanden getötet Oh shit Oh shit Oh shit Oh shit Oh shit Clur mit wem redest du? Ich bin durch den Ja mit dir! Ja du bist so leise alter Warum bist du so leise auf einmal? Ich bin jetzt dran klebt Alter ey Der Clur ne Da weißt du nie ob der mit seinen Eltern redet oder mit dir Der Lauch ey Fuckin Musst du aufpassen du Nutte Nutte Naja Der Xinsau hat 1 AP Der ist almighty alter Almighty AP Xin Oh krass Ist der AFK? Oh Gott ich hab mal AFK auf der Lane Oh nee Mein Gameplay Peric Alter nee Please Der PM ey Guck mal ganz gewissen nach gehe ich erstmal warden Alter please Tin Mach was Da ist er Oh er ist wieder da Und er lässt sich grabben Ne doch nicht Das ist geil ich muss erstmal Level 2 werden Aha nice Gameplay Eve Habt ihr gehört Smartcast werden Ideen? Ja schon Level 3 Oder der Kha'Zix eher Oh shit Misplay Ich bin Kha'Zix Äh Kha'Zix sei schon Rek'Sai Und ich tauche die ganze Zeit nur unter Evelynn is balanced Hab ich auch mal gehört Er baitet dich Er baitet dich in den Heal rein Und ich kann ja ruhig mal machen Nein ich bin tot Alter Scheiße Ich bin ne gestorben Das kann nicht sein Oh komm schon Nein Xinsa höh Easy Alter der Damage man Alter, Rek'Sai AP OP Alter, der Damage, Mann Torpedo Teach mir dein Gameplay, please Alter, er spielt Rengar Es gibt immer so Leute, die Rengar spielen im Earth Und sich dann beschweren, Alter Was ist das denn? Man soll da kein Rengar spielen Bist du leveln? Ich bin nur Level 2 Das ist nicht cool Torpedo Master, 9000 Man nennt mich auch MC Torpedo 1,8 Sekunden Pooldown BAM 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 Alter, ich schmeiß einfach nur ein Torpedo nach dem anderen Renni, Leona, Renni Renni BAM Nervt überhaupt nicht, der K6 Ich bin schneller als ihr Nein, ich bin tot Die haben mich einfach gefistet Voll unfair Alter, wenn du einmal an der Leona dran bist, dann bist du halt echt RIP Achso, Alter, was ist das für ein Damage, ey BALANCED BALANCED Warte, ich soll mitkommen Oder wie meinst du? Hä? Der war doch mega in der Q-Range, oder nicht? Holy shit Der war mega in der Q-Range Warte, weiter nicht BALANCED 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 Alter, ich hab den tot gesnipet Wie ein Babo Oh Gott Achtung, ich komme tot Out fucking plate, du Nutte, Alter Spüre meine Torpedos in deinem Ass, Alter Zack So, ich hab jetzt Lunes Egge Und äh, Magic Pin Boots Boah, der Top-Lainer rasiert ja gar nichts Ultimate BAM BAM Oh, was? Was hat der denn für ein Item? Oh, der hat mich einfach getuited Scheiße Ich brauche, ich brauche unbedingt Dis Renga Nice Gameplay, Guys Alter, der Renga Warum spielt der dann Earth, Alter? Was ist das für ein Mongo? Der ist ja komplett retarded Und hier weg Richtige Krylord Krylord 69 KZX macht so schade, ey Die Cooldown hatten jetzt der, der, der Proto-Feld Immer noch 40 Sekunden Ich hab keine Ahnung Alter, das ist so dumm, ey Wirklich so fucking dumm, Alter Ja, ich muss sagen Der Champ ist echt cool Ich brauche noch ein bisschen Magic Pin Ich brauche die Maske Surprise, Motherfucker Surprise, Motherfucker BAM Oh Doll, wo ist denn der hin, ey? Der Torpedo des Grauens, Alter War da ein KZX? War so schnell weg Oh, what a P-Rex, ey Schreibt jetzt Ey, jetzt hat er Like schreibt Jetzt hat er es verkackt Help me Ich halte mein 4 draufmacher Und der ist nur Halbe Sekunde bis 4 Oh, alter Junge, der ist viel, Mann Alter, wie ich dich zerficke Weißt du, wie ich dich zerficke Und du nur als Beilage dienst Oh, shit Alter, guck dir das an So, jetzt holen wir uns noch Wir brauchen noch mehr AP, ne Damit unsere Torpedos richtig reinballern Wir brauchen hier, das hier Wir brauchen Relays, Alter Damit wir die noch schön slowen damit Oh, das wird richtig schön Uiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiui Wie der läuft, Alter. Achtung. Ich glaube, Xen ist auch richtig alt, oder? Achtung, ich komme. Fick. Der flasht echt vor diesem Q. Holy fuck! Du brauchst echt nur 3 Qs, dann sieht der so aus, Alter. Wtf. Nieeeeeet! Nein, das hat mich permanent einfach Scheiße Das einzige Problem ist halt, ich sehe nichts Ich brauche halt eigentlich Mates bei mir Entschuldigung, ich bereite mich da vor Ich hätte nicht gedacht, dass man auch im Oh, lol Dass man auch im Urfleute reporten muss Aber den Rengar, den werde ich auf jeden Fall reporten Der ist halt so ein Heulsuse, Alter Ist ja Wahnsinn Ja, puh, ey, puh Kaka, kaka Kaka Achtung Kann der K, äh, Kaste, tippe Oh, hat keiner gesehen Der Rengar, Alter, der kann einfach nichts machen Geht einfach zwei Torpedos ab und dann ist er tot Der Blitzflasht, aber Der Blitzflasht, aber Hallo Erlöst Oh, der hat mich echt damit noch gekillt, scheiße Äh, 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 äh Alter, ich hab einfach, meine Torpedos, die machen einfach so viel Damage, ey, das ist so behindert, ey Vor allem haben die 0,8 Sekunden, na gut, nicht 0,8 Sekunden, 1,4 Sekunden Cooldown haben die Vor allem, das Geilste, ich hab immer Teleport ready, ne? Weil ich hab meinen Ein Ultab Kaka, kaka Kaka Ich kann auf, ich kann auf, äh Jetzt TP'n Alter Ich hab mich einfach für immer, das ist so kacke, Alter Und einfach übe an, wie so ne Klette, ey Äh, äh, echt, die Klette wie so ne Zecke am Sack, ey Richtig schlimm Ach, der Kasek hat ein 10.000er Ping, ja gut, da kann man natürlich verstehen, dass der da nichts weiß Aber eigentlich Ulten und dann TP'n, weil bei einer Ulti hängt ja, äh, der länger ist das TP, da komm ich mit TP dahin Warte, jetzt hab ich noch 1,5 Sekunden TP Hm, ich weiß nicht Erstmal, erst mal den Infernal Drake abholen Oh ja, den brauch ich Okay, ich muss das nur machen, ich weiß auch jetzt Ich glaub, ich hätt die Leona tatsächlich Outplank können So, ich hol jetzt mal auf den Flag Und jetzt TP Oh, ein RIP Na, das war auf jeden Fall nice Ey, ich wollte da gar nicht rein Oh Meiner ist außerdem einfach in diesen scheißen Tunnel reingelatscht, ey Gibt er dem übelsten Bellyslap, Alter Alter Also Rengar hat richtig viele Chancen Nice Gameplay Tryhard Eve Alter, der Rengar ist so ein Kiddy, Alter Boah Der muss 12 Jahre alt sein, wirklich Ich, ich warte jetzt, bis der Rengar irgendwo hier auf der Map aufschaut Geiler Teleport, Peric Sofort weg Haben wir den drauf? Wo ist der Rengar? Okay, dann halt er hier Dann halt nicht Warte, ich komm Mate, ich komme Alter, im Sprung richtig schön weggehauen Alter, er will halt auf dich drauf springen und wird im Flug einfach abgereckt, Alter Oh, Alter Mit dem Fass auf den Kopf gekloppt Ich glaube der will zu mir Ich glaube der will zu mir Amen Amen Was? Amen Ich glaube der wirklich der kommt weg Geiler Ulti-Clure Also ich muss sagen, Reksaia ist genauso lustig, wie ich in Erinnerung habe Warte, 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 wir töten ihn nochmal alle im Spawn Warte, warte Warte, der Kasi, der kriegt direkt ein Topedo Warte, wir werden das nicht, warte, warte 5 Sekunden an der Ulti rein Wir springen alle da rein mit allem, was wir haben Wenn ich reinspringe Okay? Wir springen die jetzt richtig weg Und GOOOOOBOL Wir sind hier Alter, ey Wie geil war das denn, ey Alter, geil Alter, geil Alter Das war so geil, Alter, wirklich Gut, Leute Dann war's doch für heute Schreibt mal in die Kommentare, was ihr von Reksaia und Earth haltet Ich finde es sehr, sehr lustig Mit dem Topedo macht er Ultra Laune Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal Bis dann, haut rein Auf Wiedersehen Auf Wiedersehen Auf Wiedersehen